Yo, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Minecraft Clan Wars oder Fun Clan Wars CW oder was weiß ich wie das nochmal heißt Ja, Fun CW und wir spielen hier zusammen mit den Blacky, mit Dota und den Unlegit Enter Und ja, und wie ihr auch noch sehen könnt, dass ich bin in einem neuen Clan Und zwar heißt das Strategy Move, gell? Ja, genau Alles klar Genau Und du wolltest ja nochmal was sagen, wegen Clan Member und so Sachen Genau, wir suchen noch, äh, schalte Ähm, fleißig Clan Member Also wenn ihr euch bewerben wollt, schreibt es in die Kommentare, ganz einfach Oder, ja Oder schickt es einfach an strategymove.gmail.com, eine E-Mail, könnt ihr euch aussuchen Werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken Genau Und, ähm, nochmal nur selbst zum Clan jetzt dazu ist Wir sind keine Dita Clan, also wir sind mehr so, weil es Spaß bringt Und wir suchen halt noch fleißig Member Und wenn man eine Clan möchte, müsste man mindestens 1,5er Guide haben Oder in den Top, also, oder UND, sag ich mal so, eher UND, in den Top-2-Tout, um 30-Tages-Stats Hä? Keine Ahnung, aber, ähm, baut, 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 bleck, äh Jo Bleib um, bleib um, bleib um Ja, ja Ich komme mit Rot hoch Ich nicht, ich komme mit Spitze und sowas Drei Gold, drei Gold unten, drei Gold unten Oh mein Gott, die sind höher Weiß nicht Die sind, die haben die Rot, die haben eine Rot Doch, weckst du eigentlich? Nein, ich bin gerade auf 100 Runden Leute, Hilfe Ja Alles klar, so Hast du? Einen hab ich Hast die anderen? Ja, und ich bin nach oben Gut Bogen hoch, Bogen hoch Bogen hoch Entente, Entente, ich verbrauch Aber ich hab nur Bogen, ich bin slow, ja Warte, er steht nach oben, er steht nach oben Er braucht mal ein bisschen safe Ich bin direkt in die Achtung an Okay Warte, warte, verrägte ich den Schlott Ja Er braucht ein bisschen safe, also du Bisschen safe bauen Das ist nicht so leidig genug Ihr müsst aufpassen Ich baue wirklich den safe Weg hoch, ne Nein Ja fuck, die bauen einen MLG Weg Ja, ich baue mich hier hoch Dann baut jemand Konter Weg Konter, Konter, Konter Und baut Blattern So Ich hab jetzt keine Blöcke mehr Wir haben Bogen, soll ich Bogen machen? Ja, mach Bogen, mach Bogen Ich geh runter, mach Bogen sonst Ja 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 Ja, sauber, ich bin oben So Ich bin oben, komm hoch, komm hoch Wollen wir das Gold liegen überhaupt? Hat jemand eine Rot oder einen Bogen? Ich bin runtergelaufen Ja Bogen, 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 Bogen Ich bin runtergelaufen, Mates Schnell, wir müssen schnell wieder oben sein Gleich rennen hoch Okay Oh, ich bin mal ins Bett Schnell kurz Echt? Ich bin kurz mit dem Bett zu Gut Ja Wir haben Bogen Wir haben Bogen Äh Das ist oben auf der Plattform Der Bau Ja, 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 ich weiß nicht Lass einen da unten durchbauen Ich hab grad ab und an meine Legs wegen dem Ey, Achtung, Achtung, nehm dir Ey, du musst einen anderen nehmen Den anderen Du musst auf den aufpassen, ne? Ja, warte, ich kann nichts machen Alter, scheiße Ey, da kommen zwei, da kommen zwei Ey, wir haben Bogen in der Kiste Aber keiner nimmt mich raus Stanky Stanky, du bist Clan Spammer Ey Wo ist der Bogen dann? Da drin? Rauchel kommt da weg Und durch Stanky Vielleicht bauen du es Aber mal einen Norden-Igel Der Feierachter, aber gut Er war Eagle, zwischendurch Da oben stehen sie Da oben wird weg Da Habt den einen down Ich geh 1stack Ich geh 1stack Ja, einer ist noch 1stack Hab ich gesagt Ja, ich hab jetzt ein bisschen zu gebaut jetzt Das ist nicht so leicht können Mach jetzt mal noch eine andere Taktik Du musst jetzt mal den Bogen von den downen kriegen Jetzt mal das Dach fähig machen Dann können wir die nächste Taktik machen Hab zwei Taktiken gleich Junge MLG, er hat geschafft, er hat geschafft, er hat geschafft Er hat's geschafft Warte Scheiße Ja, alles klar, ich bin auch tot Ich bin auch tot Ich auch Wir machen ein Rematch Dann machen wir Round 2 Dann machen wir Round 2 Äh, äh, Round Round Ja Erik, lad hier mal ein Ich muss mich einladen Ja, Marino, einmal ganz kurz noch eine Runde und dann Ja, dann war's das Ich glaub dann war's das auch mit dem Video Also das war jetzt auch mal eine kurze Erwähnung Also, dass ihr auch in unseren Clan rein joinen könnt und Ja Wir haben jetzt zwar nicht den Clan Krieg gewonnen, aber das macht nichts Wir wollten halt, wie gesagt, kurz so eine Erwähnung Ist sie da auch noch nicht am besten Kurz sagen Ja, ja Wir suchen auf jeden Fall gute Member Wir sind nicht beim Weißen Und ja So Man sieht sich Tschö